Nachdenkseiten Die kritische Website Die Renaissance des Freund-Feind-Denkens Indikator für einen neuen Totalitarismus Ein Artikel von Udo Brandes Immer häufiger werden in politischen Debatten Andersdenkende massiv ausgegrenzt. Ganz zu schweigen von der seit Jahren immer schlimmer werdenden sogenannten Cancel Culture, die auf die berufliche und soziale Vernichtung Andersdenkender aus ist. Solchen Vorgängen gemeinsam ist ein Denken, dass dem anderen kein Recht mehr auf eine Meinung zugesteht, die von der Mehrheitsmeinung oder der Meinung der Eliten abweicht. Es wird nicht mehr argumentiert, sondern radikal ausgegrenzt. Dies alles erinnert an den berühmten Aufsatz Der Begriff des Politischen, des Staatsrechtlers und politischen Philosophen Karl Schmitt. Für diesen bestand das Politische in der Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Er lieferte damit dem nationalsozialistischen Staat eine geradezu perfekte Legitimation für Terror und Krieg. Als Quelle diente diesem Artikel Karl Schmitts Buch Der Begriff des Politischen, neunte Auflage 2015, erschienen in Berlin im Verlag Dunker und Humboldt. Wer war Karl Schmitt? Karl Schmitt, geboren 1888, gestorben 1985, war vor allem eines. Der Prototyp eines skrupellosen Opportunisten und dabei hochintelligent. Und obwohl er kein bekennender Nazi war, sind seine Publikationen bis heute in der Politikwissenschaft relevant. Und das hat seinen Grund, den man besonders gut mit seiner Schrift der Begriff des Politischen veranschaulichen kann. Er hat darin Politik bzw. das Politische beschrieben, wie es sich auch tatsächlich in der empirischen Wirklichkeit nachweisen lässt. Und es ist gar nicht so einfach, ihn zu widerlegen. Denn Schmitt argumentiert messerscharf. Thomas Darnstedt schrieb im Spiegel im Jahr 2008 in einem Spiegel-Special-Geschichte Folgendes über ihn. Karl Schmitt, Staatsrechtler in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, war der Prototyp des gewissenlosen Wissenschaftlers, der jeder Regierung dient, wenn es der eigenen Karriere nutzt. Wann immer die Nationalsozialisten Menschen beiseiteräumen wollten, der eitle Professor aus dem Sauerland lieferte ihnen die passende rechtliche Begründung. Und doch schaffte es nicht einmal der US-Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Robert Kempner, Schmitt als Mitverantwortlichen des Naziregimes anzuklagen. Schmitt war einfach nicht zu fassen. Zitat Ganz am Ende, als alles vorbei war, haben die amerikanischen Besatzer den Mann verhaftet und ins Nürnberger Kriegsverbrechergefängnis gesteckt. Da haben sie den Gelehrten, der von Anfang an dabei war, immer wieder verhört. Ohne Ergebnis. Schließlich schickten sie ihn nach Hause. Wegen was hätte ich den Mann anklagen sollen, begründete der US-Ankläger Robert Kempner den überraschenden Schritt. Kempner weiter, er hat keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, keine Kriegsgefangenen getötet und keine Angriffskriege vorbereitet. Karl Schmitt war nicht zu fassen. Der Staatsrechtsprofessor aus dem Sauerland hat die Weimarer Republik kaputt geschrieben, den Nazis das passende Staatsrecht erfunden. Er hat seine Wissenschaft in den Dienst menschenverachtender Gesetze gestellt, die Feinde Hitlers entrechtet und den Krieg als Zweck der Politik verherrlicht. Na und, war das verboten? Bis heute beurteilen manche Kollegen den 1985 verstorbenen Rechtslehrer nicht als Nazi-Verbrecher, sondern als Genie. Zitat Ende der Spiegel. Schmidts Begriff des Politischen Was ist das Politische nach Karl Schmitt? Worauf lassen sich politische Handlungen und Entscheidungen ihm zufolge zurückführen? Schmitt hat dafür ein Kriterium. Im Der Begriff des Politischen liest man auf Seite 25 Die spezifisch-politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Zitat Ende. Bei dieser Definition spielt das Anderssein eine große Rolle. Auf Seite 26 wird beschrieben, Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein, er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er ist eben der Andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, dass er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas anderes und Fremdes ist, so dass im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind, die weder durch eine im Voraus getroffene generelle Normierung noch durch den Spruch eines unbeteiligten und daher unparteiischen Dritten entschieden werden könnte. Zitat Ende. Schmitt betont immer wieder, dass diese Unterscheidung etwas Seinsmäßiges sei, das quasi durch sich selbst existiere. Oder anders formuliert, Das Politische, in der Form der Unterscheidung zwischen Freund und Feind, sei etwas Selbstständiges, das nicht von Eigenschaften wie Gut oder Böse und anderen Eigenschaften abhänge. Deshalb gelte auch umgekehrt, Zitat, Was moralisch böse, ästhetisch hässlich oder ökonomisch schädlich ist, braucht deshalb noch nicht Feind zu sein. Was moralisch gut, ästhetisch schön und ökonomisch nützlich ist, wird noch nicht zum Freund in dem spezifischen, das heißt politischen Sinne des Wortes. Zitat Ende Seite 26. Es geht nicht um etwas Privates. Diese Freund-Feind-Unterscheidung im politischen Sinne dürfe auch nicht metaphorisch oder im privaten Sinne verstanden werden, wenn man etwa einen beruflichen Konkurrenten, der versucht, einen auszustechen, als Feind ansieht oder einstuft. Zitat, Die Begriffe Freund und Feind sind nicht in ihrem konkreten existenziellen Sinn zu nehmen, nicht als Metaphern oder Symbole, nicht vermischt oder abgeschwächt durch ökonomische, moralische und andere Vorstellungen, am wenigsten in einem privat-individualistischen Sinne, psychologisch als Ausdruck privater Gefühle und Tendenzen. Und weiter? Feind ist also nicht der Konkurrent oder der Gegner im Allgemeinen. Feind ist auch nicht der private Gegner, den man unter Antipathiegefühlen hasst. Feind ist nur eine wenigstens eventuell, das heißt der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer eben solchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der öffentliche Feind, weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch öffentlich wird. Feind ist Hostes, Fremder, Feind, Landesfeind, nicht Enimikus, feindselig, unbeliebt, verhasst. Zitat Ende Seite 27 Mit anderen Worten, Wenn ein Volk, ein Staat oder eine Gruppe als Feind im politischen Sinne gilt, Dann ist die Haltung dazu, nach Schmitz' Deutung des Politischen, keine private Angelegenheit mehr. Genau dies ließ sich in der jüngsten Zeit beobachten. Gerichte verurteilten Bürger zu strafen, weil sie auf einer Veranstaltung, also öffentlich, das offizielle Narrativ zum Ukraine-Krieg angezweifelt haben. Lesen Sie hierzu gerne den im Schrifttext verlinkten Beitrag von Florian Warweg mit dem Titel Skandalurteil in Berlin. Amtsgericht verurteilt Friedensaktivisten wegen Rede nie wieder Krieg gegen Russland. Auch dies ist wieder ein Beleg dafür, dass Schmitz' Begriff des Politischen, so zuwider einem dieser Demokrat auch sein mag, keine reine Theorie ist, sondern dass ein derartiges Verständnis von Politik tatsächlich in der real existierenden Politik immer wieder empirisch nachweisbar ist. Übrigens nach Schmitz nicht nur im Verhältnis zwischen Staaten und Völkern, sondern auch in den politischen Innenverhältnissen eines Staates. Man denke zum Beispiel an die Begriffe des sogenannten Klassenfeindes oder des Verfassungsfeindes. Die Frage ist nun, was muss man daraus für Schlüsse ziehen? Ist Schmitz' Begriff des Politischen tatsächlich so etwas wie eine Naturgesetzmäßigkeit? Läuft Politik also tatsächlich zwangsläufig immer wieder auf die Unterscheidung zwischen Freund und Feind hinaus? Dazu später eine Antwort. Zunächst noch ein paar Ergänzungen zu Schmitz' Theorie. Die Freund-Feind-Unterscheidung kann zu irrationalem Verhalten führen. Ein weiteres Detail aus Schmitz' Schrift ist sehr interessant, weil man auch diese Behauptung Schmitz in der Realität, also der politischen Praxis, wiederfinden kann. Schmitz schreibt auf Seite 36, Die reale Freund-Feind-Gruppierung ist seinsmäßig so stark und ausschlaggebend, dass der nichtpolitische Gegensatz in demselben Augenblick, in dem er diese Gruppierung bewirkt, seine bisherigen rein religiösen, rein wirtschaftlichen, rein kulturellen Kriterien und Motive zurückstellt und den völlig neuen, eigenartigen und von jenem rein religiösen, rein wirtschaftlichen und anderen reinen Ausgangspunkt gesehen, oft sehr inkonsequenten und irrationalen Bedingungen und Folgerungen der nunmehr politischen Situation unterworfen wird. Zitat Ende. Fällt Ihnen dabei etwas aus der jüngeren Vergangenheit ein? Mir fiel sofort die Sanktionspolitik der EU ein, die insbesondere in Deutschland zu erheblichen Schäden der Wirtschaft führte. Mit der Konsequenz einer hohen Inflation, einer wirtschaftlichen Rezession und für viele Bürger wegen der stark gestiegenen Energiepreise zu wirtschaftlich existenziellen Bedrohungen führte. Umgekehrt wandelte sich Saudi-Arabien aus Sicht der Ampelregierung und dabei insbesondere für den grünen Politiker Robert Habeck zu einem politischen Freund. Menschenrechte waren plötzlich kein Thema mehr. Kann einem da nicht der Verdacht kommen, dass Karl Schmidt recht haben könnte? Nehmen wir ein paar weitere Beispiele aus der jüngeren und jüngsten Zeitgeschichte. Ich beginne mal auf der internationalen Ebene. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gab George Bush, damals Präsident der USA, die Devise aus Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das ist exakt die Unterscheidung zwischen Freund und Feind à la Karl Schmidt. In dieser Unterscheidung bzw. dieser Form des politischen Denkens ist kein Platz für differenzierte Sichtweisen, unterschiedliche Interessen, Bewertungen oder Handlungsalternativen. Es gibt nur Freund oder Feind. Dementsprechend wandelte sich auch das innenpolitische Klima in den USA damals. Kritik an der Regierung wurde gefährlich. Und bis heute werden in Guantanamo sogenannte Feinde der USA inhaftiert und sogar gefoltert. Ohne irgendeine Rechtsgrundlage, ohne Gerichtsprozess. Das ist die schmidsche Auffassung des Politischen in Reinkultur. Kommen wir nach Deutschland. Schon seit Jahren blüht hier die Cancel Culture, die darauf abzielt, Menschen, die eine andere Meinung als die herrschende Elite oder die Mehrheit vertreten, aus der Gesellschaft auszuschließen und als Feind zu betrachten. Den man zwar nicht physisch, aber sozial und beruflich vernichten will. Auch wenn die Meinung der Andersdenkenden völlig im Rahmen unserer Verfassung bleibt. Ein Beispiel für dieses radikale Denken nach dem Freund-Feind-Muster ist das Mobbing von Medien der Bonner Universität und Studenten gegen die Politologin Ulrike Garou. Ihr in Anführungszeichen Verbrechen eine abweichende Meinung zur Corona-Politik der Bundesregierung und dem Ukraine-Krieg. Das Interessante dabei, ausgerechnet diejenigen, die ständig Diversität einfordern, beweisen immer wieder, dass sie einem Homogenitätswahn verfallen sind und abweichende politische Meinungen oder sonstige abweichende Haltungen nicht ertragen können. Man könnte auch sagen, sie haben ein Problem mit Pluralismus und Meinungsfreiheit. Und das heißt letztlich mit Demokratie. Weil sie einem Verständnis des politischen Anhängen, wie es Karl Schmitt formuliert hat, der Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Welche Schlussfolgerungen muss man daraus ziehen? Hat Karl Schmitt also recht? Bedeutet Politik die Unterscheidung zwischen Freund und Feind? Hat er in dem Sinne recht, dass ganz offensichtlich Menschen immer wieder Politik so verstehen, so denken und so politisch handeln? Aber das ist kein Naturgesetz, sondern es ist eine Frage der politischen Kultur. Karl Schmitts Begriff des Politischen ist die philosophische beziehungsweise politikphilosophische Entsprechung eines faschistischen Homogenitätswahnes und der Unfähigkeit, Interessengegensätze und Widersprüche auszuhalten. Demokratie heißt aber genau dies. Widersprüche, Gegensätze und Fremdes aushalten können. Das ist eine Fähigkeit, die nicht vom Himmel fällt und gesellschaftlich immer wieder neu eingeübt werden muss. Und die umso schwerer fällt, je mehr eine Gesellschaft von Krisen bedroht ist. Und davon hat unsere Gesellschaft ja nun wahrlich genug. Was aber bedeutet es, dass sich in unserer Gesellschaft ein Freund-Feind-Denken immer mehr ausbreitet? Es bedeutet leider, dass sich eine antiplurale Haltung in der Gesellschaft ausbreitet. Und das wiederum bedeutet, dass die Gesellschaft empfänglich geworden ist für antidemokratisches und totalitäres Denken. Und das gilt keineswegs nur für die üblichen Verdächtigen, also die Rechtsextremisten. Auch in den Milieus, die sich selbst als linksliberal oder liberal verorten, aber auch in staatlichen Institutionen, kann man immer häufiger ein Verständnis von Politik erkennen, das nach dem Schmidtschenmuster, der Unterscheidung von Freund und Feind, funktioniert. Und das ist brandgefährlich für eine Demokratie. Deshalb ist eines wichtig, dass die Destruktivität und der totalitäre Charakter des Freund-Feind-Denkens immer wieder benannt wird, egal aus welcher Ecke und von welchem politischen Akteur er kommt. Unser Autor Udo Brandes ist Diplom-Politologe, Journalist und Buchautor. Im Juli diesen Jahres erschien sein Buch »Wenn die Jagd nach Erfolg das Leben zur Hölle macht«. Sie finden im Schrifttext eine entsprechende Verlinkung, wo Sie dieses Buch bei Amazon bestellen können. Das erste Kapitel können Sie auch hier auf den Nachdenkseiten mit einer entsprechenden Verlinkung lesen. Zurzeit arbeitet er an einem Buch über das Thema Macht. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie unter www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.